Sag mal, was schmackst du denn da? Amanda, spülen. Das seh ich. Es hieß doch, wir kochen. Ja, wir kochen dann auch. Man muss klein anfangen in der Küche, ja? Erst wird gespült, dann dürfen wir auch mitkochen, ja? Ja, na, dann mach doch schneller. Du könntest anstatt zu motzen vielleicht auch mal mithelfen. Hier, kannst auch mal einen Teller spülen. Sag mal, bist du jetzt... Ja, ist schon mal gespült. Hört doch auf. Also, hier, du sollst einen spülen. Amanda! Ja, den muss man auch schon immer spülen. Hör jetzt auf, du sollst den ins Wasser. Amanda!